ich wollte eigentlich gerade hallo sagen aber der kleine shitbot hat uns immer schön unterbrochen und deswegen sage ich jetzt hallo hallo ja das war's mehr mehr wollte ich gar nicht sagen also dann viel spaß im spiel ich bin wieder raus ich frage mich aber wohin der uns bringt dass er bringt uns zurück oder 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 frage ich nicht wir waren ja letztes mal hier stimmt lol der ist dann einfach da drin verschwunden okay den erst den habe ich voll vermisst erst mal da rein nicht in den ers sondern in die tür ich würde zwar in den ers gerne rein darf ich aber nicht so mirra bies bots refurbishes and reprograms them and sells them at a premium dann sie also works with neural networks and illegal hardware and i don't even want to know what else danke ich für die info you're back congratulations you managed to take a tin can for a walk you shitbot come over here let me take a look affirmative human let's see how little miss university dropout did today failed at human interaction failed at maintenance work failed at bot communication failed at everything da war doch noch irgendwas security war dann das war sub shit a shit taken by a shit we're delving into the filthy nether regions of shittiness here that was a slap in the fucking face with a giant shit oh i give up i'm writing this one off shit bot will be taking one final trip to the scrap heap maybe i can sell it for parts recover at least some of my investment so cool really do you have to do that he seemed to enjoy welding yes what about the welding welding don't talk to me about welding there's no plata in welding we're more than selling him for parts right fuck whatever yeah yeah i'll try and sell the fucking thing to a local contractor who knows maybe we can still save this dump from the creditors for another month i have no more use for you today okay you can bugger off to your waste of breath campaign work all right you support the social democrats don't you of course i do doesn't mean i think things will change i just think it's time the mother towards in charge was swapped out for a new set of fuckers make sure you get a good night sleep battle long day ahead tomorrow so don't spend all night bouncing on top of that journalist boy toy of yours i'll make sure to tell him see tomorrow wit was ist das für die kann ich hasse diese oma alter ich hasse diese oma so hart also ciao bot gell welding 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 i get to do welding when do i get to do the welding i'm very excited about the welding best welding 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 best bot wollte ich sagen aber der hat einfach er wollte nicht aufhören Die Hübel. Und die steht hier nicht. Hübel. Übel. Normal sage ich sowas natürlich nicht. Ich bin eigentlich voll der Höfliche und so, aber das hat die halt echt hart verdient. Ich hasse diese Missgeburt. Ja, das haben wir ja schon mal gehört. Nicht? Wir gehen mal wieder. Goals updated. Go to Liyah-Uminska-Campaign-Adquarter right next to the synagogue in the Saug. In the Saug? Was ist das Saug, Alter? To meet up with Baruti Maffane. Das ist eine schwarze. Ich mache jetzt die Prediction, das ist eine schwarze. Aber aus Afrika. Oder aus dem Afrika-Distrikt. Oder Afrikapolis. Was weiß ich, Alter. Gut, dass ich weiß, wo die Synagoge ist. Warte mal, warte mal. Wir waren da. Aber ich weiß halt echt nicht, wie man da hinkommt. Da steht's hier. Hallo? Ah. Cool. Lol, das ging die ganze Zeit. Oh Gott. Oh Gott. Ich sag nichts mehr, Alter. Ich sag what the fuck. Ich sag einfach nichts. Das ist kein Pass. Alter, Alter. Und wir waren hier so oft und ich so, hey, warum ist dieser Typ da, wenn er uns nicht mal die Map richtig zeigt? Leck mich fett am Ohr. Müsst einfach nur an den Rand. Gut. Und dann von dort nach oben. Das ist so bitter. Das hätte uns so viel Zeit erspart. Aber wir hätten nicht so viele coole Leute getroffen. Immer dieselben, immer wieder. Die schwarzen Gebrüder, die alle gleich aussehen. Und diese ganzen Kopftuchfrauen, die politisch engagiert sind. Ja, das ist schon der hier. Den besonders. Den hätte ich voll vermisst. Weil der immer dasselbe perfekte Lied singt. Der singt was Neues. Aber der singt ist auch so behindert wie das andere. Wenn ich so den ganzen Tag singen würde, dann hätte ich am Ende des Tages keine Stimme mehr. Für sieben Wochen. Und es kann sogar wirklich sein. Oh, das ist ein... Oh. Letztes Mal sah es hier nicht so aus. Lol. Was zur Hölle. Oh, der Beste. Bester Platz. Um die Kamera zu platzieren. Oh. Ich sag doch ein schwarzer. Lol. Lol. Okay. Ich sag doch ... Aber dann müssen wir auch mit den Augen beschäftigen. Ich werde nur noch die Verlust verhüben, bis Konstantin von Konstantin verletzt werden. Oh, von der Seite, Sissi, hast du das Update gesehen? Eish! 2 Punkte! Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich sollte wirklich den Feed-Best beobachten, aber es dauert nur ein paar Sekunden, um es zu verabschieden. Ich bin nicht in die Kampagne 24-7, wie Baruti. To be honest, when I'm not volunteering, I don't think that much about it. That part, I don't have to tell him, though. I haven't checked. Didn't even occur to me before coming here. I feel bad about it. Nein. This campaign is Baruti's life, but for me it's... I don't know. A fine joke this. Way to pass the time? No, more than that. A way to make a difference. Ja, genau. But it didn't have to be Uminska. Yeah, I don't know. It didn't have to be Uminska. Mmh. 2%. Sogar nicht so schlecht. That's something to celebrate. Uminska invited all the managers to join her tonight in Warsaw for the live feed. You're going? If I finish up in time, of course. When did I ever say no to a party? I have a plus one, if you're interested. I probably haven't been as committed to the campaign work as Baruti wants me to be. This could be an opportunity to show that I care. Only, I really don't want to go. So, Rez is making dinner and it's our first full evening back at home after Trieste. Oh, I don't know. It would make Baruti super happy and I'm sure Rez will understand. Nah. I know this is important to Baruti and I know I'm not as committed to the campaign as he wants me to be, but Rez is taking care of dinner and we were planning a relaxing evening at home. Couch and a movie sounds awesome right now and if I'm being honest with myself, I'm really not that interested in listening to Uminska's speech or partying with her flock. Yo, wir bleiben zu Hause. Kein Bock auf den Müll. I can't tonight. I already have plans with Rez. Love is wichtig. Sorry. That's okay, Cece. Short notice. I know. Alaska, Sif. How was Trieste? Good. I think I see a tan. Good. They have this thing in the sky. I don't know what it's called. It's big and yellow and made of fire and it's super hot. So awesome. Alles klar. I remember the sun from Botswana. They have that there too. But it's much bigger. Heh? And much nicer. Meh. You're such a warm dusher, Baruti. Who needs the sun when you have the clammy sticky heat of propast in July? Hahaha. So what's the plans, Stan? Today, there's delicate work to do. Do you know Queenie? Queenie? Yeah, natürlich. No, I don't think... Doch, doch. Wait. The Babka on the boat, out by the bricks? That's it. Teta Queenie basically runs the Chinese market. She's the only one who dares stand up to Mr. London. How does an old woman stand up to organize crime? When you meet Queenie, you'll understand. Everyone in the bricks respect her. Everyone in propus. And that's why you're going to talk to her. Was so hell? Baruti, you're so much better at this than me. Die haben eine Vagina gemalt. Verdammte Scheiße. Alter. Das gibt's doch nicht. So, um, what am I actually doing? Pay Queenie our respects. Let her know, that she's a friend to the party and that we're very happy with how she runs things. Ask, if there's anything we can do for her. And, I'm sensing an and, there's always an and. Ask her for her support and endorsement. It will have a big impact on our campaign in this barrio. So that's all. Beg one of the most powerful people in propus for a favor. That's all, Sissy. Easy. Easy, yeah. Oh, and you might need this. Geld. Cryptocoin? Hä? What for? I have monies. Have you ever shopped in the bricks, Sissy? What? Folks there aren't too fond of traceable funds. They prefer platter, cash, not credit, and no banks. I've loaded it with mi yuan. Please, keep any receipts. Our benefactors are generous with the petty cash, but they demand documentation. Wait, the merchants in the bricks prefer untraceable cash, but they're fine giving out chits. Where's the logic in that? Maybe they're designed to obvious game. Hide deeper meaning, like fragments, ancient events. What? What do I know? Just ask for the receipts. 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 Well, I guess I'm off. Wish me luck? Maybe I won't jump into the river from sheer embarrassment of making an arse of myself. Oh, ein Arse. Ein Arse. Ein Arse. Wenn du zurückkommst, wir sind fertig. Ein Arse. Ich habe eine Party, um zu vorbereiten. Da. Eine Vagina. Ich stelle euch vor, das Rote außenrum wäre nicht da und man würde nur den Ausschnitt sehen, der rausschaut. Das wäre dann eine Geburt von Uminska. Das wäre dann die Geburt von Uminska. So würde die dann aussehen. So hat der Geburtshelfer sie gesehen. Und der Arzt. Die sah zwar nicht doch, die sah immer so aus. Die sah sogar als Baby so aus. Sie hatte immer dieses Gesicht. Boah, das wäre so brutal, wenn die immer dieses Gesicht gehabt hätte. So als kleines Kind immer diese Kackfresse. Speak with Teta Guini und her Sampan. Was? Sampan murrt in the brakes. Was ist Sampan murrt, Alter? Ich weiß nicht mal, wo die Bricks sind. Aber wahrscheinlich im Chinese Market. Und da wissen wir ja, wo das ist. Nicht. Okay. Was ich mich aber frage, ist, was wir mit dem Typen machen. Wir müssen ja noch den Typen spielen. Schnauze, jetzt singt er wieder das selbe. Schnauze, jetzt singt er wieder das selbe. Sorry. Ich musste den einfach nahmen. Ich kann nicht anders. Es tut mir leid. Ich weiß, ich sing besser als er. Aber. Ja, ich weiß nicht. Ich will lieber nicht weiter singen, sonst fühlt der Typ, der das mitgesungen hat, sich noch scheiße oder so. Ja, schaut sie jetzt. Meine Frisse, Alter. So. In the bricks. Das hier ist... Da, Queenie. Da ist Queenies Laden. Dieses Boot. Das hier ist wahrscheinlich Queenie, oder? Ja. Das ist Queenies Laden. Wie kommen wir da rein? Was von Lernst du kommen wir da rein? Bist du, Queenie? Ich dachte, Queenie wäre eine Frau. Wie komme ich da rein, Kind? Wie komme ich da rein? Was? Was? Was ist die? Was ist die? Ich bin, die Frau. Ich kann euch zeigen, wenn ihr ihr habt. Ich kann euch zeigen, wenn ihr möchtet. Ich könnte sie fragen, ob sie ein Moment hat. Das passt. Du hast du noch etwas gebracht? Ich habe etwas gebracht? Was? Was? Wie was? Das ist die Frau? Madame Queenie ist eine gespechpte in dieser Gemeinde. Äh, mein Arsch. Hier, was sagst du denn dazu? Ist das okay? Kann ich mich irgendwie ducken? Schade, kann ich hier. Schau genau hin. Genau das meine ich. Ja, und was sagst du dazu, kleines Kind? Findest du es schön? Ne, okay. Warte, überleg es dir nochmal. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Warte, warte, ich komme auch zu dir. Komm auch ganz nah ran. So, oder vielleicht meine Brüste. Vielleicht magst du ja meine Brüste. Schön. Motorrad. So. Ist okay. Ist okay, muss die. Halt dein Maul. Ein Gift von Respekt und großen Werten ist gebraucht, um eine Freundin mit Queenie zu bekommen. Hey du. Ich würde gerne, okay, würde ich nicht. Hey du, ich würde gerne kaufen. Ich möchte kaufen. Guck mal, wie nah die rankommt, Alter. Das ist richtig creepy. Ja, da kann die aussehen, wie sie will. Ist das Privatsphäre hier, die du hier brichst? Okay, was nehmen wir vom Tisch weg? Licker. Licker. Ehh, Bier. Also im Vergleich zu Wein, Bier? Wobei Wein kommt halt auf den Wein. Aber Bier hat immer diesen hässigen Geschmack eigentlich. Wobei kommt auf das Bier. Hallo, kann ich bei dir? Kann ich nicht. Ja, es kommt immer auf die Sorte, was man trinkt, was man möchte. Fans, was für Fans, Alter. Nein, nein, das ist Clavada. Ein totaler Ripp-up. Wie viel zu expensive. Ich gebe dir 3,50 Euro für ihn und nicht nur noch einen Quai. 3,50? Halt dein Maul jetzt, geh weg. Ich bin dran. Hallo? Klauen wir doch was. Ist doch okay, jetzt mit ihm und eurem 360 und 50. Macht doch 55 und dann haltet die Fresse bei dir. Was kann ich hier denn noch kaufen? Kann ich, kann ich nicht. Ja, aber ich kann hier dann gar nichts kaufen, Mann, wenn der Typ sich da nicht verpisst und die anderen eh nichts verkaufen. Schlauze, echt, langsam. Ich schau aber genug, du. Ja, ich würde gern was kaufen. Geh, ich bin. Ja, ich würde gern machen. Das ist, ich weiß. Ich bin, das wichtigste Ripp-upflicht. Scheiße, ich bin so schnell, ich würde gerne an dem Zujen zu hervor. Auf den Himmelanslanden. Und damit verdient von G MAN, den Garten und Kuhlern abgaschiert. Oh, ich würde gern ge Valentine. Also, wir müssen alle 20,000 und dann sein. Lüge doch nicht drum. Mal schauen, was die andere dafür will. Ja, ist okay, jetzt schaut sie, komm. Ganz ehrlich, hier, schau meinen Arsch an. Ich geh. Ich rede mit der Oma und hol den Müll. Es reicht. Geh. Geh. Bitte. Bitte geh einfach. Ich hasse dich. Nein. 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 Ich auch. Bitte. Wir nehmen das einfach, komm. Ja, das haben wir doch schon getrunken. Journey to the west, the journey back east. Part 3, westward. 350. I used to own that one. 360. I'm not going anywhere above 350. Ja, was mach ich denn jetzt? Ich muss diesen Kack Wein kaufen. Muss ich nicht, aber will ich. Vielleicht verkauft die ja was. Ja, die verkauft das. I'll see you soon. One little person, she's in the room. Ja. Wait, wait, wait. What am I thinking? Doch. You don't want to end up on most wanted. Ja, das wäre richtig geil, weil die die jetzt reinschubsen würde, man. Ich würde so Party machen. Egal. Also, um zu sehen, ob wir dieses Teil hier bekommen oder nicht, müsst ihr leider einschalten in der nächsten Folge von Dreamfall Chapters. Ich glaube, es hat kurz geruckelt. Ich muss mal die Einstellung checken. Aber ich wünsche euch ein... Mann, was habe ich immer gesagt? Träumt was Schönes und bis zum nächsten Mal. Ciao.